Haben wir, sofern wir ihn gebrauchen können, Zugriff auf einen Orbitalschlag? Ein Orbitalschlag? Nun, ich selbst habe auf meinem Kleinkriegsschiff nichts, aber die Navy sicherlich. Ich kann Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Vielleicht der Watch Commander? Brandt? Dem habe ich schon gesprochen. Sein Schiff ist dafür auch nicht ausgestattet. Aber ein Exterminatus kann sicherlich auch euer eigenes Inquisitionsschiff ausführen. Nein, das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Wir sprechen sicher nicht von einem Exterminatus. Ich denke, es wäre der letzte Weg, der letzte Übel, wenn wir ein Exterminatus starten würden. Wir wollen genauso wie ihr auch die Zivilbevölkerung nicht auslöschen. Wir wollen sie für das Imperium wieder zurückerobern. Gut, dass wir uns davor stehen. Und einen einfachen Lanzenschlag, den kann ich euch sicherlich geben. Genau darum möchten wir euch wahrscheinlich bitten, sobald wir es mit einem feindlichen Tiamat zu tun haben, dass ihr mit einem Lanzenschlag gezielt diese Maschine ausschaltet. Das war der Gedanke dahinter. Vor allem, wenn es mehr als eins sind. Na so gut, ihr sollt auf mich zählen. Habt Dank. Nun, dann sollten wir nicht länger warten zum Tatstreiten. So ist es. Möge der Imperator unsere Operation behüten. Mögen wir uns siegreich wiedersehen. Thronagent. Jawohl. Berichte mir von den Untaten, der White Scars und der Ironhands, wenn du sie siehst. Vor allem, wenn es gegen Zivilisten, generell gegen Menschen geht. Befehl, Milord. Ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Ich nicke. Du kannst mir alles sagen. Verstanden, Milord. Dann nickt er. Ihr seid entlassen. Viel Erfolg. Ich löge der Imperator euch beschützen. Und wir wachen über sein Reich. Und wir wachen über sein Reich. Ja, wir gehen. Ja, so könnt ihr wieder zurück durch die staubverhangenen Gänge gehen und trefft dort dann wieder auf den Rheinjagd-Serxes, der sich nicht weiter bewegt hat. Sitzt natürlich wieder hinter seinem Pilotensessel. Und wenn ihr dann einsteigt, werden die Rampe wieder zugefahren und die... Ähm, der Brand war da jetzt nicht auf dem Schiff, gell? Nee, den habt ihr zumindest nicht gesehen. Er hat auch nicht erwähnt, dass er da sein wird. Ja, wir haben ja gesagt, wir sehen uns auf dem Schiff. Stimmt. Und deswegen war ich etwas verwundert, warum er jetzt nicht dort gewesen ist. Der Silliman hat aber gesagt, dass er mit Brand gesprochen hat. Ich denke, er hat sich wirklich einfach zurückgezogen. So, dass wir nicht ihn... Naja, der wollte nicht, dass die anderen ihn sehen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber vielleicht können wir trotzdem nochmal schnell mit ihm sprechen, bevor wir abreisen. Ja, also, wenn ihr noch nicht losfahren wollt, könnt ihr natürlich nochmal über einen Vox Verbindung mit ihm aufnehmen. Und nach grob zehn Minuten, die er dann im Hangar wartet, könnt ihr dann auch sehen, wie der Salamander in seinem Watch-Captain-Uniform dann auf euch zukommt. Die Lande... Die Rampe wird wieder nach unten gefahren und der Salamander steigt ohne seinen Helm dann zu euch. Watch-Captain, ich salutiere. Ohne Meldung. Die Kommandanten Felros und Akutai sind zum Kampf ausgebrochen. Wir konnten verhindern, dass es zu offenen Feindseligkeiten zwischen den Orden kommt. Allerdings mehr konnten wir bisher nicht erreichen. Eine echte Zusammenarbeit findet wohl noch nicht statt. Ich habe nicht zugehört. Gut. Nun, Akutai ist tatsächlich von wildem Gemüt. Ich habe mir fast gedacht, dass er nicht hätte warten wollen. Meines Erachtens war dies wohl die beste Lösung, ihn auf ein Ziel zu hetzen, damit er seiner Wut und seinen Gelusten nachkommen kann. Ich glaube tatsächlich, dass der Konflikt nicht eskaliert ist, aber wohl noch immer eskalieren kann. Vor allem je nachdem, was dort unten passieren wird. Es wurde also nur verschoben von dieser Sitzung auf das, was dort unten passiert. Ja, das befürchte ich auch. Es könnte gut sein, dass euer Bruder Captain Tibius, obwohl er jetzt hier im Gespräch sehr zugänglich erscheint, einen Konflikt heraufbeschwört, sobald es zivile Opfer gibt. Und wie wird es geben? Das, die Befürchtungen habe ich auch. Wir Salamanders verstehen uns vor allem als Diener der Menschen. Und diese Funktion hat er nicht abgelegt. Nun, das ist ja auch ehrenhaft und nicht verwunderlich. Wir alle sind die Söhne unserer Primarchen. Wir sind vor allem Diener des Imperators. Und der Imperator beschützt die Menschheit. Es ist und war unsere Aufgabe. Wir wurden geschaffen für die Menschheit, ihr zu dienen. Was solltest du, Gabriel, auch beachten? Vor allem, wenn du mit deinem Thronagent sprichst. Wir wurden geschaffen, um den Willen des Imperators zu erfüllen. Und sicher ist der Wohlbehalt der Menschheit Teil seines Willes. Aber der geht so weit darüber hinaus. Ihr könnt ihn sicherlich nicht vollumfänglich fassen. Wir können es nur versuchen. Nun, Brüder. Wir sind sicherlich nicht hier, um jetzt unsereins auch noch uneins zu werden. Nein, wir haben dort unten ein Ziel. Und das müssen wir verfolgen. Ich denke, wir sollten zur Tat schreiten. Und mit gutem Vorbild vorangehen und unsere Stärke zeigen durch unsere Zusammenarbeit. Ich habe, wie ihr wisst, ein Tarot gelegt. Mir kamen dabei ein paar uralte terranische Wörter in den Sinn. Achtet dort unten auf euch. Denn der Feind ist dann am schwächsten, wenn er nicht weiß, dass er kämpft. Kryptische Worte. Aber vielleicht ist der Schein nicht so, wie er aussieht. Hm. Viel Erfolg, meine Brüder. Danke. Ach, wenn sonst nichts weiter ist, dann gehen wir mal. Haben wir denn jetzt irgendein Ziel, was wir angreifen sollen? Also, ihr könnt einen der zahlreichen kleinen Hives anstarten. Ihr könnt selbstverständlich den anderen folgen auf den großen Hive, die Höllenmark. Oder ihr könntet euch die Sicherung des Turms bemühen. Der Turm im Nordpol. Ich dachte, die Ironhands, oder wer war das, die auf den Turm gehen wollten? Ja, Captain Akutai. Akutai von den Whitescars ist in der Höllenmark. Wir können auch die Tattoo-Rennen der kleineren Hives einnehmen. Das funktioniert auch. Wir sollten dort hin, wo wir die meisten Anführer der Rebellen vermuten. Im Turm am Nordpol. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Turm wohl auch so der Punkt, wo die Führung der Rebellen sitzt, die die Führung der Menschheit dort unterjockt. Hab ich das so richtig verstanden? Wenn wir dort ankommen, dann werden wir aber nicht um Seite an Seite, aber neben unseren Brüdern, die versuchen diese Posten zu handeln und agieren müssen. Das heißt, wir werden sicher auf einen Feind stoßen, der noch nicht weiß, dass der Kampf zu ihm geraten ist. Die Iron Hunts wollten den Turm angreifen, richtig? Ja. Ich würde gerne neben einem ehrwürdigen Sci-Bot in die Schlacht ziehen. Der Haken an der ganzen Sache ist, wir haben von vornherein gesagt, dass der Kommandant die Führung hat und somit müssen wir uns seinen Taktiken unterwerfen. Wir können nicht auf eigenen Händen Befragungen und Nachforschungen anfangen. Unsere Vorschläge der Befehlskette entsprechen wurden einfach ignoriert. Jeder scheint wohl sein eigenes Macht zu wollen. Ich denke, wir sollten uns im Klaren sein, was wir konkret tun sollten. Nun, ich glaube, dass unsere Talente in einer offenen Schlacht sicherlich verschwendet sind. Meiner Meinung nach müssen wir herausfinden, wo die Tau hier sind, wo sie hier vertreiben. Nun ja, unser Primärauftrag ist, wir müssen dafür sorgen, dass die Orden sich nicht gegenseitig irgendwie an die Kehle gehen. Richtig. Jetzt ist die Frage, ich glaube, die Iron Hands sind noch, sage ich jetzt mal, vernünftiger als die White Scars im Sinne der Salamanders gesehen. Stimmt ihr mir zu? Ja, die White Scars scheinen genau wie wir, ich glaube, wenn sie im Blut reuchten könnte, ist es im Sinne des Salamanders fatal werden. Also müssten wir wahrscheinlich dort wieder vermitteln, dass es nicht zum Konflikt kommt, weil das ist unser Primärauftrag. Die Eroberung unterstützen ist natürlich sekundär auch wichtig, aber unser Primärauftrag ist ja, einen Konflikt zu unterbinden oder da zu vermitteln. Aber wir haben ebenfalls dem Salamander-Captain zugestimmt, dass wir Nachforschungen antreten, um die Spuren der Tau zu finden. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn die Kämpfe beendet sind, oder unmittelbare Kämpfe erstmal beendet sind, dann können wir natürlich Nachforschungen anstellen. Das sehe ich auch so, aber ich will nicht, dass wir jetzt irgendwo eingesetzt werden, wo unsere Verhandlungen überhaupt nicht zum Trage kommen können. Ihr führt, wir folgen. Also, ich würde lieber bei den Iron Hands mitkämpfen, weil Cybots, die sind echt cool, aber wahrscheinlich ist es besser, bei den Whitescars dabei zu sein, weil ich glaube, da ist das Streitpotenzial größer mit den Salamandern. Dem stimme ich zu. Was meint ihr anderen Brüder? Ich enthalte meine Stimme. Es ist sicher diplomatisch schwierig, eine solche Entscheidung zu treffen, aber ich kann euren Gedankengang der Follung ganz nachvollziehen. Ich denke, wir haben dich schon aus einem Grund zu unserem Anführer aneinander, Octavius. Ja, dann also auf zu den Whitescars. Obwohl ich auch lieber an der anderen Front kämpfen würde, Brüder. Glaubt mir. Nun, an der Seite eines Ghasts zu kämpfen, wäre es bestimmt interessant für mich. Nun, sie sind für ihre Schnelligkeit bekannt. Wie du, Tordal. Von daher, mich freut es durchaus, an dieser Front zu kämpfen. Ja. Dann solltest du vielleicht auch versuchen, den, oder ich sag jetzt mal den Respekt und den Zusammenhalt zu den Skars irgendwie zu erreichen. Das war mein Sinn eben, ihm ein wenig zuzustimmen. Ja, ja. Leider ist diese die falsche Richtung des Skars. Ich habe seine Sturheit unterschätzt. Also die Whitescars waren... Auch jetzt erzähl, meine Leute. Also die Whitescars waren nicht an dem Turm, sondern an dem anderen Ort. Und wie hieß dieser nochmal? Hellenmark. Hellenmark. Und das war das mit den verschiedenen Makropolen? Genau. Genau, zusammen geschmolzene Mega-Makropole. Okay, dann greifen wir da an. Lasst uns aufbrechen. Ihr könnt mit dem Thunderhawk durch die Atmosphäre brechen und auf goldenen Engel schwingen, nach unten gleiten, während ihr dann dort das Wasser seht, was dort doch relativ wellig näher kommt. Und wenn ihr dann auf den Mega-Hive zuhaltet, die Türme, die nach oben ragen, aber genauso auch nach unten in das Wasser hinein, könnt ihr wohl sehen, dass es einige gelb-rot leuchtende Punkte gibt, die ab und zu mal näher kommen. Ich würde mir das gerne näher angucken, wenn das möglich ist, wenn irgendjemand erfahren, was das ist. Geben unsere Sensoren was daraus? Du kannst dir die Sensoren von dem Cogitator angucken und je größer und größer die werden, desto mehr leuchten rote Lichter. Irgendeine Ahnung, was das sein könnte? Unsere Sensoren scheinen dafür nicht wirklich was auszugeben. Vielleicht irgendwelche Störgeräusche, Störgeräusche, irgendwelche Störsignale. Tja, das sieht aus wie eine Flak. Könnte eine Hydra-Batterie sein. Können wir die umfliegen? Sicherlich. Da sind aber eine ganze Menge Funksignale. Moment, ich schalte sie mal rein. Und wenn euer Arbitrator auf ein paar Knöpfe gedrückt hat, könnt ihr in eurem Thunderhawk erkennen oder auch hören, wie es sowas wie Schadensmeldungen gibt, vor allem von den Whitescars. Thunderhawk 5 abgestürzt. Das heißt, wir wurden doch schon erwartet. Bring uns runter. Thunderhawk 2 ist gelandet. Beginnen mit der Stürmung. Bring uns so runter, dass wir nicht abgeschossen werden. Ja, ich versuch's. Wir werden sicherlich noch fünf Minuten fliegen, bis wir da sind. Aber da geht's hoch her. Ich muss natürlich den Batterien ausweichen. Die haben nicht so sehr viel große Geschütze. Aber von der Hydra möchte ich trotzdem nicht getroffen werden. Bring uns dort runter, wo... Wir sicher landen können, ohne dass wir das Schiff verlieren. So, vielleicht ist es bei, wenn das Schiff in der Luft bleibt und wir aus einer sicheren Distanz abspringen. Sollten wir nicht, äh, vielleicht schnell die Batterie angreifen. Auch ein Plan. Thunderhawk 7 verloren. Scheiße. Ich schaffe mit den Sensoren einmal nachschauen, wo genau die größten Geschützerstellungen sind. Und dann sollten wir diese direkt einbleiben. Tja, also wenn ihr direkt abspringen wollt, dann kann ich euch über einem der Türme hier ablassen. Das sind dann sicherlich, nun, zehn Schritt. Tiefer kann ich nicht gehen bei den ganzen Türmen. Oder wir versuchen es da, wo die Whitescars sind. Das muss so was wie ein Entlade-Tor sein. Irgendwas für die ganzen Mineralien, die von der Tiamat gesammelt werden. Ich schlage vor, unseren eigenen Landepunkt zu kommen und unabhängig von den Whitescars zu erbe. Das ist unser Plan. Das machen wir. So verstanden. Wir schnappen uns die ersten Türme, sodass die Whitescars nicht noch mehr verlieren. Vor allem die Salamanders kommen auch gleich. Somit sollten wir schnellstmöglich die Türme als erstes ausschalten und uns dann mit der Truppe der Whitescars verbinden. So verstanden. Dann bringe ich euch so nah wie möglich, dass es sicher zum Absprung ist. Octavius, schafft ihr diesen Sprung? No go. So könnt ihr den nächsten drei Minuten darauf vertrauen, dass euer Arbitrator weiß, wie man einer Hydra-Geschützbatterie ausweicht. Und nach den drei Minuten fängt er dann an, die Geschwindigkeit aus dem Thunderhawk rauszunehmen. Und lässt euch dann über einer Plattform abspringen. Octavius, aktiviert sein Sprungpack. Man springt mit als erstes ab, sobald sich die Ladeluke öffnet. Ja, das sollte für dich ja auch kein Problem sein. Gerade mit deinem Sprungmodul kannst du ja auch navigieren oder korrigieren. Ja, ich packe mir ja unseren Menschen. Weil ich bin mir sicher, dass der den Sprung nicht so schaffen würde wie wir. Also zehn Meter wird schon kritisch, ja. Ja, deswegen packe ich ihn mir. Und das ist auch keine Zusatzbelastung für dein Modul. Kannst ihn dir greifen und springst runter. Genau. Und ich gucke, das ist unser Raven Guard und meine nur, ich gucke dir die Menschenfrau. Wir sind direkt hinter dir. Dann geht's ab. Es wird noch ein Blick ausgetauscht, dass sich die Magnetstiefel von der, ja vom, nicht Hangar, vom Absprungplattform lösen. Und dann mit einem lauten Knall im Kriegsgewirr umher, na auf der Plattform landen. Gut. Machen wir uns schnell dran, die Flak auszuschalten. Sitze, Morgan, sanft ab. Und ziehe dann meine Waffen. So sei es. Gable, gib mir mal bitte einen Wurf auf Gewandtheit. Den kriegst du. 44, ist geschafft. Sehr gut. Ja, ihr könnt dann runterspringen. Octavius kann mir auch mal einen geben. Sieht gut aus. Ich hab 50 gewandt halt, also müsste klappen. Ja, ich denke schon. Ihr seid auf alle Fälle ja auch zumindest geübt, aus am Wanderer und abzuspringen. Und die Höhe ist dann für Space Marines noch möglich. Deine Servos knacken natürlich noch ein bisschen, als ihr dann den Sturz so ein bisschen abfedern und abfangen. Aber dafür ist eure Rüstung dann noch gemacht. Und nachdem dann die schweren Steinplatten unter euch nachgegeben haben und dann rissig zurückgeblieben sind. Könnt ihr euch ein bisschen orientieren. Habt dann auch noch in euren Koordinaten auf den Helmen, wisst ihr dann doch noch, wo die Landezone mit den Hydra-Batterien aufgestellt wäre. So, dass ihr dann von hier aus in Richtung rechts, beziehungsweise nach Norden abbiegen könntet. Eure Einflugschneise her. Und müsstet dann noch sicherlich 300, 400 Meter in die Richtung rennen. Ihr könnt sie auf alle Fälle auch hören, wie sie dann laut donnert. Und wohl immer noch dabei ist, jemanden oder etwas abzuschießen. Es sind wohl aber weniger geworden. Also im Vergleich zu den drei Geschützen, die ehemals nicht nur auf euch, sondern auch auf alle das andere Geschößen haben. Es ist mittlerweile wohl leiser geworden und nur noch eine Hydra-Batterie, die aktuell in die Luft schießt. Und versucht andere Thunderhawks mit weißer Kennung zu vernichten. Dann beeilen wir uns besser, bevor die Weizkos das selber auch noch machen. So sei es. Lasst uns beeilen. Damit ihr die gar keine Chance mehr bekommen, noch weiter mit Thunderhawks herunter zu holen. Lasst uns marschieren. Unsere Brüder für den Imperator. Ja, wenn ihr die 100 Meter, 200, 300 Meter in die Richtung rennt, könnt ihr wohl auch sehen, dass euch eine ganze Menge fliehende Menschen auch entgegenläuft. Das sind wohl alles aber Zivilisten. Zumindest trägt keiner von denen eine Uniform. Waffen haben sie auch nicht. Aber das sind sicherlich 100, 200 Leute, die euch dann entgegenkommen. Möchtet ihr was tun? Wenn sie euch sehen, schwarzer Rüstung, bleiben sie zumindest kurz stehen und versuchen dann auszuweichen. Also sie werden dann von der Hauptstraße, wenn es denn eine Hauptstraße ist, abbiegen in die Nebenstraßen, damit sie dann nicht an euch vorbeilaufen müssen, sondern machen einen großen Bogen um euch. Noch mehr Space Marines, lauft! Lässt sich irgendein, vielleicht der das gerufen hat, rüstet nicht Rüstung von der Kleidung her. Aber der Kluft, also sieht aus wie sowas wie eine etwas hochgezogene Hose mit irgendwelchen Zahnrädern drauf. Vielleicht vom Adeptus Mechanicus, selber ist er nicht vercybert, aber er arbeitet sicherlich für die. Also irgendjemand, der im Hafendistrikt für die arbeitet. Und das ist auch der Einzige, der diese Klamotten an hat. Also das ist möglich, aber so zu sagen. Naja, das sind eine ganze Menge, also von den 100 Leuten haben sicherlich 30 so eine Uniform an. Und die anderen haben dann andere Farben drauf oder so etwas, aber das sind zivile, also das ist halt schon sowas wie eine Uniform, aber im Leben sind sie zivile. Das sind Arbeiter. Lauft rein in die Gassen, verschwindet von ihr! Wir schießen auf uns! Versucht, zivile Opfer zu minimieren, Bruder. Vielleicht hat er irgendwelche Informationen. Willst du hinterher, dann? Ich rede ja nicht von Opfern, ich spreche von... Ich renne da nicht hinterher, ich bleib einfach stehen, wenn dann hat nur Tordai mit dem Jumppack, äh, kriegt er die schnell. Willst du einen? Jetzt sollst du nicht, ich schlage vor. Brüder, jetzt noch nicht. Lasst uns erst die Flak ausschalten und dann können wir Bruder Gabriels Plan machen. Wollte ich gerade sagen, ich bin mir gerade nicht sicher, dass sie hier sagen werden. Sie haben, glaube ich, einfach mehr Angst vor uns gerade als vor dem Feind selber. Lasst uns erst die Flak erledigen. Und ich gehe dann, bahne mir so den Weg durch die Menge, ohne jetzt irgendjemanden zu verletzen zu kommen. Ja, also wie gesagt, die weichen dir dann auch aus. Und kurz bevor du dann vor dem großen Flak-Turm angekommen bist, und dann in der Plattform, die dann nach draußen auf das Meer führt, kannst du wohl Geräusche hören von Motoren, die näher kommen, sehr schnell. Ich würde mir überlegen, was das für Bräuche sind. Ja, würfel mal, b-b-b-b-technik. Technik, okay. Technik gebraucht, ja, ja. Hab ich sowas? Ich glaube, sowas habe ich nicht. Oder Navigation-Oberfläche, würde ich auch erlauben. Hab ich auch nicht. Piloten, wenn du hast. Ja, ich habe Piloten-Sprungmodul halt. Ja, du darfst dann auf die Grundfähigkeit, also Gewandtheit würfeln. Weiß ist nicht Gewandtheit, das ist Intelligenz. Vielleicht allgemeinwissen-Krieg? Ich habe Navigation-Oberfläche. Dann darfst du auch mal prüfen. Ja, gerade so geschafft. Ich habe 42. Das ist ein Bike. Ein Space Marine-Bike? Ja. Ja. Okay, unsere Brüder sind wahrscheinlich hier. Eilt euch, ihr beiden mit den Sprungmodulen vorwärts, fullspeed. Während du das gesagt hast, können Torda, der mir schon vorgelaufen ist, auch bereits sehen, wie um eine Ecke herum ein brutal schnelles weißes Bike geschossen kommt, macht eine Vollbremsung und noch bevor die Reifen quietschen zum Stehen gekommen sind, schwingt das Hinterteil rum. Es wird wieder Gas gegeben und mit einer brutalsten Geschwindigkeit splittern Steinplatten unter dem Weg und du siehst, wie das weiße Bike auf dich zurast.